Hi, mein Name ist Soumas, ich bin Teil der Fahrstuhlgirls und wir sind Exclusive Talents bei We Are Aera. Wir sind heute mit den Fahrstuhlgirls für den Kunden Ikea unterwegs. Wir haben heute für Ikea 5 TikToks gedreht, unter anderem eine kleine Challenge und eine Roomtour war dabei und natürlich, was nicht fehlen darf, eine Szene im Fahrstuhl. Wir hatten heute tatsächlich eine kleine Challenge, weil natürlich laufender Betrieb ist und es nicht so einfach war, den Leuten irgendwie aus dem Weg zu gehen und trotzdem unsere Sachen zu drehen. Ich glaube, mit viel Humor und Spaß hat das aber alles gut funktioniert. Mit Ikea Deutschland zu arbeiten, war natürlich eine mega Erfahrung. Wer liebt nicht Einrichtungen, gutes Essen, hat eine Menge Spaß gemacht und ich würde es jederzeit wieder tun. Wenn ihr mehr über uns, die Fahrstuhlgirls und die Kampagne erfahren wollt, dann folgt den Fahrstuhlgirls auf TikTok, Instagram und folgt Ikea Deutschland, damit ihr unsere Videos sehen könnt.